Heyo Leute und herzlich willkommen zum legendären und lockigen Crafting-Pick Hahahaha Alter was soll der Scheiß Ich bin nur noch nicht zu blühen Lüge, wir haben einfach mal Crafts-Lockier und abzubauen, du billiger Ups Alter, hier Pisser Ich muss gleich weg Können wir die Augen mal, wenn ich mal hinter uns bringe Ich muss gleich jetzt weg hier Ja, ist komm Alter, jetzt zerstört der auch noch die Deko Jetzt zerstört der Pisser hier auch noch die Deko Jetzt komm Ich wollte gar nicht weg zerstören Ok, fangen wir noch mal an Moment, das ist mein Schild, ich werde dich stellen Für jeden Fall wäre es nicht Kett Na, Kett ist eben keiner, weil es angeblich von diesem Ich dachte, naja Schon wurde Man kann ja ein Item, also man sollte viele Alternativen spielen Sollte das Fabian möglich sein Man tut ja alles rein und diese Item müssen von Crafting-Rezepten und so umstreichen Da, also ja, müsst ihr diesen Crafting-Rezept behalten sein Und jetzt Tue ich mir mal ein bisschen Redstone rein Denn Umso mehr Redstone Und es fehlt Umso mehr Redstone man hier ran macht Umso mehr von diesen Items So, also Jetzt Also ich Ich muss jetzt am Anfang so Ein Ein Item aussuchen Das war ein Request, das sollte jetzt so schwer wie möglich sein Deswegen Benutzen wir jetzt was ganz bestimmt ist Seht ihr schon So Das benutze ich Und Ja Dann Die eine wusste das natürlich nicht Ja Hallo Das wusste keiner Nein Ähm So Okay So Ich fang jetzt schon mal an Und dann mach ich Männchen ich bin grad noch ein bisschen Ich brauch einen Block Ich brauch einen Block mehr Ja Es wird was ganz spezielles So Also davon ist sechs da Was klar ist Davon jetzt ist hier eins Und davon ist auch eins Und jetzt gehts los und wenn das jetzt hier Wart noch Wollst du mich Ich hab's noch alles aufgeraut Wollst du ich das, dass ihr's nicht macht Ja Die Der ist weder draußen Das ist nur rum ey Du sagst du musst losgehen Ist das wirklich dein Ernst? Ja Dann hat es Hat es Nur noch eben mehr Zeit Und wir machen es hier mit Bestrafung also Wie heißt mit deinem Namen nochmal? Scrap Hadi Gut läuft Ich hab mir nur mal Und ihr dürft es nicht googlen Okay Alter ist es Vanilla Minecraft Natürlich ist Vanilla Minecraft Hä Ah das ist nicht so leicht 3,4,5,6 Gold Ähm Moment Das erkenne ich gleich Ja wenn du's googlst ist so unfair Ne das seh ich noch nicht Ich weiß es noch nicht Wo muss die ganze Zeit rumlaufen? Gold, Gold Das ist richtig schwer Ich hab's extra gemacht Weil ich hab heute nichts von sonst Ich hab ohne geschnellte Energie Oh man Was ist das? Los geh zurück auf deinen Block Wo hast du dich eingerichtet? Boah Alter ich erkenne das Crafting Rezept Nee Also ich hab's extra als genommen was ich sehe Und ich kannte bis vorher Ich hab's nie benutzt Boah man Also es ist von Vanilla Minecraft Natürlich Nein 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 Das ist unfair Ey Lolox Guri bestimmt gerade Gute nett Bewegt du musst dich da umbewegen Das typisch Müssen wir vielleicht mal in unsere Inventaris gucken Mache ich doch gerade Mh mh ja könnt ihr aber das wird euch nicht dafür bringen Uhr als ne Uhr oder? Uh? Hä? Was denn? Ich bin so schlecht. Soll ich mal einen Tipp geben? Ich habe das Spiel dafür extra erfunden, weil ich so schlecht darin bin. Soll ich mal einen Tipp geben? Ah, warte, ich weiß es. Ähm, ne, Dings, ähm, was, Wetstone und Stick, das war ne Dings, ne Antriebsschiene. Du hast dich zwar nicht bewegt, aber ich seh, lass es mal gelten. Wirklich? Ich dachte, die baut mal noch mit Eis. Äh, äh. Nein, eben nicht mehr. Ich glaube, 6 Gold in die, äh, in die고om inac Janeiro? Oder irgendwo unten oder so? Ich glaube, unten oder so. Bist du ganz sicher, dass du nicht googelt hast? Ok, dann kommen wir jetzt zum nächsten Ding , du musst mal etwas von der Suche ausdenken. Also, man braucht wieder etwas Wetstone. Warum hab ich jetzt mal ein Inventail erklärt. Und ich sage euch, die Dinger, die Dinger sind viel zu klein. Ich glaube, ich hoffe mal, das ist richtig. Drei, vier, fünf, sechs, sieben, verdammte, acht! Acht Dinger braucht man dafür. Und hier brauchen wir eins. Das ist ein Notenblock. Das ist nicht verarschen! Nein, nein. Warum weißt du sowas, Junge? Weil ich sowas für Lovecrafte. Ich hab mal ein komplettes... Hat er sich überhaupt bewegt? Ich hab ein komplettes Lied gemacht. Supercraft hat er sich überhaupt bewegt? Soll ich das wissen, wie er sofort erwarten? Okay, ab jetzt spring ich die ganze Zeit mit rum, falls es mir schon glaubt... Okay, er hat nur noch zwei Punkte. Wie, ich mach doch mal... Wie, fünf Punkte machen wir? Fünf Punkte, oder? Ja. Machen wir mal, wer als erst fünf Punkte hat oder wer als... Wer als erst fünf Punkte hat. Aber Leute, wie findet ihr dieses geile Design? Die alle hier hat du Noloks gebaut. Gute Ideen waren von mir. Lass da ein Rest und vergessen! Prozent ich will jetzt ganz mal was soll ich jetzt wieder machen also wir haben uns das neues gefunden es geht jetzt mal kurz Cut also um 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 und um und jetzt sollt ihr euch wieder bewegen, wo seid ihr jetzt? das ist ne Aktivierungsschiene was? du hast ja gerade schon das ist ne Antriebsschiene das ist keine Schiene ne Antriebsschiene hat mir vorher schon ähm, verlassbar vereisten ist es vielleicht ein Kompost? mh, ja oh, Manno! das ist ein Dreck! wie soll das hier? haja naja also wir sind vielleicht noch im kurzen Cut wieder und einfach mal hier hin und mh, mh, mh So Ende jetzt muss ich hier raus mann die Aufnahme überhaupt? Läuft die? Ja, die Luft schon! Volle! Mann! Ich kenn' dich von Skyblock, hab' ich voll oft gebraucht. Moment noch! Ich hab' schon mal auf. Also ich hab' das hier gefunden und ich mach' schon mal auf. Wop-wop-wop-wop-wop. Schön da! Das ist ne Lohre mit ner Chest drin! Warum? Da muss man ne Lohre mit Chest machen, manch! Das ist ein Hopper. Was ist ein Hopper? Das ist ein Hopper! Ein Richter! Okay, scheiße! Er hat schon gewonnen! Checkst du's? Oh fuck ey! Fuck ey! Hey SuperCraft, wir haben noch ne Überraschung für dich! Komm mal mit! War das richtig? Ja, es war richtig! Okay, Leute, die Erzfeuern dürfen! Also! So, was ist das jetzt hier oben? Hier, wir haben hier was für dich noch! Hier! Ja, ein Geschenk! Was? Hierüber! Den Geschenk, dass du mitgemacht hast! Ups! 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 Ja, alles zerstören hier! So! Das hat sich jetzt unserer Wand verewigt! Ja, also! Jawohl, ne? Also! Ich glaub, die Verstraffolge kommt später irgendwann mal! Mal gucken! Nö, die Welt hier hinten hin! Wenn man Zeit hat! Und wir sind dann hier die Straßhause ran draus! Ha! Geh! Und dann gucken wir mal! Hat da grad einer mein... Hast du grad mein Baba-Haus noch? Ne, ich doch nicht! Wo ist grad mein Baba-Haus noch? Ah! Geh! Ich hab's nicht! Ich hab's nicht! Ich hab's nur aufgehört! Ich bin schon weitergeflogen! Das war's mit der Runde! Na, na, na! Ich hab's nur aufgehört! Ich bin schon weitergeflogen! Da wusste ich, dass ich nicht was von alten Michi-Brande... Okay! Ja, Junge! Okay, B1-Badi-Aufnahme! Ich hab's gleich weg, dann weg! Ähm, kein Netzbild hier mehr ne! Ich nehm noch auf! Also bis zum nächsten Mal! Tschau!